Hallo Leute, heute spielen wir The Glitch Attraction Version 1.1.8 Und es ist echt cool, ich hab das bei anderen YouTubern gesehen Und ich hab nur gutes gesehen, das ist echt gut Ein gutes Fan Game Und wir machen ein neues Game I'm sorry? Ja, ich hab nicht mal gespielt eigentlich Ähm, don't worry Ah, es wird keine Checkpoints geben Ja, dann spielen wir nur mal Ich will natürlich Checkpoints haben Schreibt in den Kommentaren, ob ich Ja komm Skip, 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 skip Skip, skip Skip Hallo Ich dachte mit X, skip man Ach egal Dude, just left a new Vesper Attraction My friend, take all your stuff and come here You have to see this A location was sent to you Just send you the location, go tonight Okay Von Kay Lee Okay, ich glaube wir gehen jetzt dahin, oder? Ja, das will ich sehen The Vesper Attraction Fast tip Most important tips Oh, was green Ah, okay Also Wenn ich sterbe, wird da glaube ich gesagt Oh 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 Ist das cool Oh, Brüdi Okay Science 1987 Kann ich Ducke ich mich Was 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 hast du gesagt Ich hab nichts verstanden X-ray Diger Oh Thank you Now, before I open the door for you Please give all your belongings to my mate in the other window Excellent The door has been opened Thank you and have a new great experience Okay Oh Oh Instruction Tip manager Pers- Blablabla Mm-hmm Listen, check all the tips before starting the level Um, yeah Lesson 2 Check the background image Okay Ja Ist glaube ich nur Sachen The Friday Intentation Moin, Brüdi Du bist nett, oder? Ja, die sind nett Oh, warte Das muss ich ausprobieren Oh Ah, okay Es ist ein Loop Okay Es ist ein Loop Und hier Ah, jetzt Okay Ah, mit C Crouching Okay Und jetzt Wir sehen uns, Freddy Oh Kann ich irgendwie sprinten? Nee Ich bin nervös Ich höre nichts mehr Oh Oh Die Location Kenne ich Oh Boah Das Also Der Wurm von Nimmersatt Begleitet uns sogar hier hin Ja gut Also Warte Kann ich hier schon mal anfangen? Nee Schade, schade Schokolade Egal Correction Heute contains Keep the closet Wenn er da ist Soll ich ihn wegmachen? Okay Ich muss Ähm Diesen Hier wird irgendwas Ähm Erscheinen So ein Kostüm Irgendwo hier sollte Ein Schlüssel Irgendwie so war das? Ich muss manchmal gucken Ich hab echt Angst Ich hab gehört Die Jumpscares sind echt Extrem krass Oh Ich muss anziehen Hallo Wie pack ich mir? Ich hab E gedrückt Ach komm Das war so ein guter Start Ja Jaja Ich hab's verstanden Also Left shift Ah Ich kann sogar rennen Ich sagte Ich bin immer so langsam Das probier ich gleich mal aus Ah ja Okay Ja Ja Ach komm Man muss gedrückt halten Ich bin jetzt so dumm gestorben Ah Okay Okay Ich bin jetzt so dumm gestorben Wie ziehe ich das aus? Ich habe keine Ahnung, wie man... Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Okay. Ich lese mir das jetzt nochmal durch. Mit dem Suite. Ähm, Suite? Oh mein Gott, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich verliere jetzt schon. So, komm her. Hallo. Ah, jetzt. Container in the closet. Ja, hier. Hold E or left click. Looking to suite. Put on press space. Ach komm, woher soll ich das bitte wissen? Aha, hier haben wir einen. Okay. Okay. Oh Mann, hab ich hier ein... Guckt mal, was ich für euch wieder mal mache. Ich weiß, ich hab's vergessen. Das eine Teil... Nein! Ich bin so dumm! Stimmt. Ach, Mann. Tut mir leid, dass ihr das euch ansehen müsst. Oh. Das war... Für alle war das einfach. Und dann komme ich. Die größte Enttäuschung im FNAF-Universum. Ja, ja. Alter, hab ich hier Angst. Dass irgendwas... Irgendwas... Er war... Okay, ich hol euch zurück, wenn ich das geschafft hab. Also, zumindest... Das Puzzle. Also, wir sehen uns gleich. Oder nee, nee, nee. Ich hol euch doch nicht weg. Ich... Ich... Ich möchte, dass wir es alle zusammen schaffen jetzt. So. Ihr müsst mit mir leiden. Ihr müsst alle mit mir leiden. Einer für alle. Und alle für alle. War das nicht irgendwie so? Und alle für alle. Alter, das dauert so lang. Alter. Das Spiel ist so gut. Hab ich's? Oh! 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 Hab Erzepack bekommen! Oh! Oh! Okay, ich hole euch doch zurück, wenn ich fertig bin. Okay, ich hole euch zurück, wenn ich es geschafft habe. Also nicht geschafft, sondern... Ey, Leute, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Schaut zu. Schaut einfach dem Profi zu. Was für ein Profi. Ich habe schon Probleme. Ah. Ich habe... Oh! Nein. Chill, Kleiner. Chill. Chill. Chill, Kleiner. Ich weiß weder, wie alt ich bin noch, weiß ich überhaupt etwas von mir. Aber ich weiß, dass ich hier nicht sein will. Ich war ja mal wieder klar. Ich weiß nicht, wo der Knopf ist. Ah. 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 Also Leute, wir sind hier jetzt wieder im Game. Also ich hoffe jetzt, dass wir es schaffen. Hier sollte irgendwann... Hier sollte später ein... Da! Jetzt habe ich den. So, hab den. Ich hoffe, jetzt klappt zumindest alles. Oh. Oh. Oh, warum alle gleichzeitig? Ich mag nicht, wenn alle gleichzeitig... Ich möchte schnell fertig mit diesem Level werden. Ich sitze hier über eine halbe Stunde. Und das macht echt aggressiv. Ich könnte euch jetzt alle Tode zeigen, aber... Das würde auch wiederum eine halbe Stunde dauern. Ist mir zu still irgendwie. Ich habe dich gedrückt. Ich werde safe gleich sterben wegen ihm. Wenn er jetzt aggressiv wird... Nee. Bist nicht aggressiv gerade? Das ist gut. Ich mache... Wenn du mich nicht... Oh. Oh. 3-0-3. 3-0-3. Ich muss suchen. Chill, Brudi. Chill, Brudi. 1-1-6. Warum? 3-0-3-1-1-6. Ich verstehe das Spiel nicht. 3-0-3-1-1-6. Also Leute, ich verstehe jetzt nichts. Also... 3-0-3. 3-0-3. 1-1-6. 1-1-6. Ich weiß nicht. Ich habe den Knopf gedrückt. Ich habe alles gemacht, was von mir verlangt wird. Und trotzdem ist es falsch. Chill, Kleiner. Chill, chill, chill. Ich weiß, es ist schlimm. Ich weiß, wie oft du gestorben bist. 3-0-3. 1-1-6. Nein, endlich! Ihr Loser! Ich bin weg! Ich muss! Ich muss! Ich schwöre euch, wenn ich jetzt sterbe... Deswegen... Ich mache jetzt kein Risiko. War... War das richtig mit dem Knopf? Oh, er hat mein Leben gerettet! Ich bin weg! Hallo? Oh. Oh mein Gott. Nee, Leute. Oder? Warte. Geht's hier weiter? Oh. Es geht hier weiter. Aber nee. Nee. Das war's für mich. Ich sitz hier so lang schon. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.